Die Linke ist eine sozialistische Partei, die sich für Frieden, Gleichheit und Demokratie einsetzt und gegen Armut und die Klimakrise. SDS ist der Studentenverband von der Partei und hat sich diesen Semester insbesondere als Schwerpunkt gesetzt, den Rechtsdruck und den Rassismus in der Uni zu bekämpfen. Als Ortsgruppe in Frankfurt streben wir bessere und inklusivere Studienbedingungen ein und versuchen Interessen von Arbeiterkindern, Frauen, queer und rassifizierten Leuten zu vertreten. Wenn ihr Lust habt, euch einzubringen, kommt bitte an unseren wöchentlichen Plänen vorbei. Ich bin Luise, ich studiere Politikwissenschaft und die Frage ist, wie wollt ihr Nachhaltigkeit an der Hochschule verankern? Um die kommende Krise in den Griff zu kriegen, reichen sporadische einzelne Teilverbesserungen nicht aus. Wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Wandel zu einer Wirtschaft, die nicht auf Profit, sondern an Bedürfnissen von Mensch und Natur gerichtet ist. Die Linke ist die Partei, die sich am konsistentesten für so einen Wandel einsetzt.